Und da wären wir auch schon wieder zu einer weiteren Folge von Pokémon Retroveration. Hier dann in den Menschen müssen unsere Freunde retten, wenn wir sie retten wollen. Musik Es gibt noch eine zusätzliche Prüfung. In dem man noch 3 zusätzliche Maidens suchen muss. Ich glaube das ist auch für das Beste. In diesem großen Hause. Und schlecht. Ich meine Bestickten. Ich meine Bestickten. Ich meine Bestickten. Okay. Hier fülle dann das 3. Das ganze Netz starten. Ich meine Bestickten. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich setze dich mit einem angerechnet Fungal. Jetzt. Das ist alles schon gut. Aber dann wieso? Ist mein Charakter zu weit nach vorne gegangen? Ist er wieder zu weit gegangen, weil ein Idiot ist. Warum ist... Die Steuerung kann ja so dreckig sein. So dreckiger Mist. Oh, ich bin eine Miststeuerung. Ich lass dich mal einen Schritt weiter gehen. Als du wolltest, du bist jetzt hier fest. Okay, ich bin ein Licht. Ich bin ein Licht. Und jetzt muss ich dann noch ein Licht machen. Ich kann mich mal nicht so gut. Ich bin ein Licht. Ich bin ein Licht. Ich bin ein Licht. Ich bin ein Licht. Ah, ich hätte es beinahe geschafft. Was für ein Dreck. Was für ein Dreck. Danke Scheißspiel. Das kriegt doch echt nichts auf die Reihe. Danke Scheißspiel. Ich lasse mich auch extra einen Schritt weiter gehen, als ich eigentlich gedrückt habe. So. Und wieder mal. Ich hatte manchmal echt einen Namen. So. Und wieder einen Fehler gemacht. Das wäre jetzt meine Schuld, weil ich einen Fehler gemacht habe. Aber dieser Dreck ist nicht mein Fehler. Oh, und wieder. Wow. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, gut gemacht! Mei, was für eine Kraft! Okay, du hast diese Runde gewonnen Bitte, geh weiter Wir haben es geschafft, Willow Wir haben es wirklich geschafft Ich war eine große Hilfe Ich habe ein Bestes gegeben Wurde zu helfen, das ist alles Wir schaffen das schon zusammen Ich glaube, hier werden wir dann auch die Aufnahme wenden Schön zu sehen, dass ihr weiter zuschaut Ich freue mich dann noch auf die zukünftigen Prüfungen Und jetzt dann auch beim nächsten Mal Macht's gut, bis dann!